Mein Name ist Jeff Chaliers und heute ist der Tag, an dem ich sterbe. Aber damit greife ich etwas vor. Ich bin vergiftet worden mit was Synthetischem aus China. Hilf mir, Doc! Sie haben dir den Beijing-Cocktail gegeben. Du kriegst kein Adrenalin mehr. Nein! Wenn du stehen bleibst, stirbst du! Ich habe noch eine Stunde, um die Rechnung zu begleichen, mich von meiner Freundin zu verabschieden und einen stilvollen Abgang zu machen. Ich muss nur lang genug am Leben bleiben, um das alles zu schaffen. Gib's mehr! Achtung! Wo ist Verona? Ich weiß nicht, wo er ist. Au! Du wirkst so gestresst. Was ist los mit dir? Ich muss dir was sagen. Ich bin Berufskiller. Wenn du mit dir Schluss machst, sag mir wenigstens die Wahrheit. Warte! Jetzt komm her! Du müsstest tot sein! Ihr seid alle Geschichte! Bursch! Der unbekannte Amokläufer dreht ein letztes Mal auf. Mein Name ist Jeff Chalias und heute ist der Tag. Ja, das war's. Bis auf. Untertitelung des ZDF, 2020